Wey! Wey! Wunder schön guten Tag! Du musst auch drauf achten wann der anfängt aufzunehmen, ne? Ach so! Ja, ich glaube wir fahren auch drauf. Okay. Wunder schön guten Tag! Na wakikinat! Alles klar? Schön! So, da haben wir jetzt letztes Mal ganz tolle viele Rubine und Rosmaragde. Und was ist das für eine Farbe? Also dieses Braun. Was ist das dann? Ja. Opal? Weiß ich auch nicht. Wann machen wir jetzt? Ein Foto suchen sollen wir, glaube ich. Toll! Musst du eigentlich nicht machen? Ich hab das kaputt gemacht! Scheiße! Da ist ein Foto! Das ist ein Zeitung! Anweisungen! Sollen wir das lesen? Nee! Nee macht spannender wenn wir nicht lesen, ne? Kann ich es dir öffnen? Für interessante Trube... Nee! Dammit Schlüssel! Kann man aber nix auch machen! Toll! Dann nimm mal da das Ding hier! Hat der grad! Ja, so mach ich das auch immer! Alter! Das ist doch nicht dein Sch... Vor allen Dingen anstatt der da eine Rechnung in unser Inventar fliegt! Nein! Auf dem Boden! Damit wir da wieder aufheben müssen! Damit wir die nächste Dose aufmachen! Kisto! Sorry! Was ist das? Was ist das? Ne... 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 so hatte ich einen Flaschenzug? So ne Winde! Und brauchen wir wofür? Weiß ich nicht Ich kann ja auch nicht in den Inventar schieben, sondern die muss jetzt immer hin! Ich brauche etwas um die Winde aufzurollen, einen Hebel oder sowas. Ja da, oder nicht? Da. Ja, auch okay. Toll, merkst du selbst. Nun jetzt? Ich brauche etwas um die Kiste rauszuheben. Ich kann die Bretter der Kiste raus... Ja, da mit dann, oder? Hä? What the fuck? Wollen wir jetzt mit? Ja, einfach loslassen, passiert sich ja eh von selbst. Alles klar. Läuft bei dir. Auf einmal ist auch direkt die ganze... Da kommt der von da hinten an so... Juuuuhuuuuuuuuuu. Wie so schwerer Haufen Zeitungspapier liegt auf dem Schirm? Muss ich nicht in der Erde heraase beheben? Doch die Schippe. Geht nicht. Geht nicht. Toll. Hä? Hier mit einem abgebrochenen Regenschirm. Vorher soll ich. Einfach anziehen. Ja, ich habe es doch gesehen. Ist hier irgendwo vielleicht... Nein. Wollt ihr mich natzen, oder? Das kann gar nicht so schwer sein, weil eigentlich sobald du da drüber gehst... Ja. Aber kannst du nicht auch... Ich könnte auch überspringen machen, aber ich will da eigentlich nicht überspringen. Mario, ich habe es gelesen. Lol. Du hast recht. Das ist doch nicht wahr. Einige muss das nächste Mal auf eine Hand. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Alter, nee. Jetzt brauchen wir mal die Schaufel. Um das wegzumachen. Dann brauchen wir den Stiel da... Was hat der jetzt gemacht? Der hat da Erde draufgekippt. Jetzt brauchen wir noch den Stiel da. Hammer. Da ist das Foto. Ja, genau. Ja, genau. Oh mein Gott. Entschuldigung, falls ich manchmal neben dem Mikrolar war. Aber das ist so Hirnfuck gerade hier, ey. Ich bin gerade Brain AFK. Komm her zurück. Ja, was ist denn jetzt für ein tolles Foto? Lass mal einfach los, platziert sich ja eh von selbst, nicht? Hinter der Rosebutschte. Hier? Du musst den Dorn beschieben. Ich weiß eigentlich, was wir hier machen müssen. Guck mal, hier kannst du überall... Ach da. Beiseite schieben. Womit schiebst du das beiseite? Womit schiebt man den Dorn beiseite? Anfackeln, ne? Das ist genauso wie gerade. Das geht nicht, das habe ich nicht. Wir gehen mal hier ein bisschen durch... Warte mal, hier geht das... Hey! Hey, du schon wieder. Ich nehme erst mal alles, was ich kriegen kann hier. Wieso haben wir jetzt zwei von den Dingen? Die stacken sich nicht. Warte, dazu vielleicht eine Schere, der gute Mann. An der Wand sind faszinierende Formen zu erkennen. Vielleicht ist er. Ein Baum und so ein hässliches Zitronenzeichen. Ja, geil. Aber können wir nichts machen? Keine Ahnung. Da kann man nur noch rechts irgendwo hinlaufen. Zum Wasserfahrt. Komm, ich habe schon geduscht. Also hier ist ein Licht an und ein Licht aus. Dieses gute... Ah, ah, ah. Hä? Wir haben noch für ein Ding gekriegt. Ganz am Anfang, oder? Hier, guck mal, da wird doch reinpassen. Kann man jetzt in den Riegel? Ne, nachdem der Typ, der komische... Der Plasma-Mann da war. Aber das ist nicht mehr da. Ja. Das ist da bei dem Tippzeichen. Aber das ist komplett anders. Oh ja, stimmt. Das ist recht. Ich denke, das hat seinen Sinn, dass das so ist. Ja, das wird schon. Ich muss so sagen. Hier, das ist die Statue eines Musikers. Er hat kein Instrument. Hier ist eine Haffe hingehörig. Wo soll ich denn jetzt eine Haffe herholen? Ja, da halt, ne? Ja, Gigi. Was ist das denn? Ich sage das nicht wieder so oft wie bei Fallen Shadows. Ja, Gigi. Nein. Kennst du den Typen? Nein, aber ich kenne das von dir einfach. Ich zeig dir den her. Irgendwann, hattest du recht, geht das einem so auf den Sack. Ja, um diese Apparatur zu aktivieren, sage ich jetzt LOL. Äh, habe ich nicht gelebt. Ja, ich. Äh, platzieren die Tränen. Ah, ich bin da so. Was für Tränen? Also die, die da am Rand sind, oder? Ne. Hä? Müssen wir da erst noch was kriegen? Na, guck mal, hier sind ja eindeutig auch Symbole. Da brauchen wir ja wahrscheinlich die passenden Dinger für irgendwie, ne? Ja, Gigi. Ja, Gigi. Was soll das heißen? Good Game, oder? Ja. Ja, das hast du mal gesagt. Weißt du, was Gigi WP ist? Ne. Good Game Well Played. Weil das auch so viel Sinn hat, wenn du das sagst, wenn dich irgendwas abfuckt. Ja, das macht auch keinen Sinn, deswegen sagt man das ja. Okay. Ja, das ist genau so wie LOL, das sagst du auch zu jedem Scheiß. Ja, du nicht. Ja. Ich weiß gar nicht. Weißt du, was bei uns auf der Arbeit momentan voll modern ist? Don't worry. Don't worry vor allen Dingen. Ja, don't worry. Don't worry. Don't worry. Ich komm helfen, wir essen. Nee, das ist ein Spanier, der hat gesagt hat. Sprich mit Commander Eve. Ja, wie soll ich denn das machen? Ja, wir müssen ja erst mal... Wer ist denn Commander Eve? Warte mal. Hä? Was ist das? Aber da mit irgendwas... Ein Stofftuch. Ah! Weißt du, wir suchen uns hier. Was weiß ich. Das ist genau da, wo du so ein A. Siehst du? Ja. Guck, ich hab doch gesagt, man muss da hinten nicht hin. Nee, nee, nee. Zwei. Oh, ich weiß, was wir dann machen müssen. Ich weiß es auch. Nee, nee, nee. Ich glaub nicht. Nee, scheiße. Aber ich hab gerade den Zämpfen gedacht. Geiler Schild, Mann. Ja, was soll ich denn jetzt mit der Kacke machen, ey? Ja, aber da sind... Ah, nee, das ist da, wo du drauf gegangen bist, ne? Was? Da, da. Ja, da war ich, man. Achso, das ist was, okay. Ja, mit ihm können wir nichts machen. Heul doch mal. Nö. Ich hab heute schon geheult. Ach, unser Inventar erweitert sich dann einfach. Oh, man kann hier noch... Krass. Aber was? Wie viele Sachen kann man denn da bitte mitnehmen, ey? Oh, scheiße. Fick dich, ich bin jetzt auch hier. Da hat man ja voll keine Übersicht mehr, was man dabei hat und was nicht. Ja, okay. Zum Wasserfall. Bitte will ich nicht hin. Ja, okay. Du musst halt mir richtig elanen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Wenn die Laternen an sind, finde das Foto. Finde an das Foto. Sollen wir ihm das einfach geben, vielleicht? Ach so. Meine Fresse, das ist ja auch fast. Das ist ja auch fast. Also die Rieke kann ich nie hin. Erstens, das hat und zweitens, das hat dann ihr Vater oder wie? Vor allem, du hast eine Gabel im Gesicht, Junge. Ja. Ich habe es nie so ganz aufgepasst. Ich auch nicht. Klicke mal weiter. Weiter. Oh, Alter. Wie haben wir hier? Ja, woher sehe ich? Was? Bist du behindert? Bist du behindert? Ja, guck! Ich klicke lieber auf weiter. Hast du auch nicht gesehen, oder? Nein, ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ja, vielleicht ist deine Mutter auch einfach fremdgegangen. Deine Mutter war eine Bitch! Alter, wieso der Charizard am Ding ist, ne? Guck mal! Ja, ein bisschen TNT. Es gibt spezielle Symbolen, die du benutzen kannst, die dir helfen, die die Wände entfernen. Bist du dumm? Ja, eine Bombe? Ich bin jetzt genauso schlau wie vorher. Ja, also wir bräuchten zwei Bäumchen und so ein Citroenzeichen. Wo kriegen wir die denn her? Weiß ich nicht, aber klick doch. Vielleicht... Worauf? Die Wand sieht aber... Geht immer noch nicht. Hier, Alter, die Stellen wurden verhoben. Eine Mutti wie der Ende. Ah, hier kann man was einsetzen. Ne. Ja, das nicht. Ne. Auch nicht. Alter, ich will nicht alles ausprobieren, Mann. Ja, das musst du da auch wahrscheinlich nicht einsetzen. Ja, vielleicht das Ding, weil das auch die gleiche Form hat. Nein. Guck dir doch mal die Form von dem Ding an. Oh, du bist so schlau. Guck mal, da hast du direkt ein Bäumchen. Jetzt machst du das bei den anderen auch, ne? Bei welchen anderen denn? Wir sind schon bei zwölf Minuten. Lieber Herr Salat haben wir da. Fuck, Mann. Ja. Vielen Dank für zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schossen. Schossen.